Stefan Hülsmann ist mein Name. Ich bin seit 27 Jahren hier bei der Firma Börger beschäftigt, seit nunmehr fast zehn Jahren verantwortlich für den Vertrieb Industriepumpen in der Dachl-Region. Und unter dem Industriepumpenvertrieb verstehen wir eigentlich alles, bei uns im Hause gesprochen, was nicht Agrar ist, also von A wie Abwasser, Z wie Zucker. Wir sind im Abwassermarkt neben dem Agrarmarkt wirklich groß geworden, haben dort Fuß gefasst und das hat uns eigentlich die die Mittel und die Möglichkeit gegeben, das Produkt Börger-Drehkornpumpe entsprechend die Anforderungen der Industrie weiterzuentwickeln. Sensorik heißt für uns, wir müssen unsere Pumpe schützen gegen bestimmte Betriebszustände, die eigentlich schädlich sind. Das heißt zum einen Überdruck, zum anderen Übertemperatur und zum dritten in der Regel Trockenlauf. Das heißt, nicht jede Absicherung kommt dementsprechend von uns, nicht jede Absicherung kommt von IFM, aber wenn wir entsprechende Sensoren mitliefern können, dann ist IFM dann ein starker Partner. Wie gesagt, wir setzen dort dementsprechende Kontaktmanometer zum Beispiel an, also digitale Kontaktmanometer zur Druckabschaltung. Wir setzen Temperaturfühler PT100 ein, um die Pumpe vor Übertemperatur zu schützen, entsprechende Trockenlaufschutzgeräte. Wir haben aber auch noch weitere induktive Sensoren, um zum Beispiel Drehzahlen zu überwachen, um bestimmte Betriebszustände an den Maschinen zu überwachen. Wir haben Displays, um gewisse Zustände dann zu visualisieren, an zum Beispiel mobilen Einheiten. Das heißt also, unser Anspruch ist schon, dass wir da immer die bestmögliche Lösung für unseren Kunden schaffen. Und wie gesagt, der gleiche Anspruch gilt an die Zulieferer. Und da hat man hier erfahrungsgemäß eine ganze Menge und der Sensorik-Markt ist sicherlich da auch ein großer Markt. Aber IFM-Produkte haben uns da durchaus überzeugt. Man bietet uns da eine ganz große Palette und es entspricht unserem Anspruch, unserem Standard, was wir da von IFM bekommen. Also das sind sehr, sehr gute Produkte, die, ich denke, gut zu unserem auch hochwertigen Produkt passen. Wenn dies so gut gut steht, wer ist bei dem. I-Modat V-U-Modat Insofern Da 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 Vielen Dank.